hallo und herzlich willkommen zurück in fallout new vegas mit mir mit j jones joker ich hoffe euch haben die letzten folgen gefallen wir sind hier wieder in der nächsten aufnahmesession so aufgaben sortieren übernimmten nach nawak reisen sich in nawak nach den angreifern wir haben die männer verküpfen ich will den sheriff mit dem aus bison steve geretteten beagle über den schutz der stadt kriegen würden sie die quelle der einladung in sierra mahle happy trails caravan führer finden der idee von trimm und betreten sie die kluft in der nähe von primm okay ich versuche da noch mal hinzukommen ich habe es ja letztes mal schon versucht und nicht klappt vielleicht geht es ja aus der richtung von primm einfach besser wie sieht das überhaupt aus wie sie wie sind wir schon tot ja gottes willen wir sind ja total im keller ne gegenstände hilfsmittel nachtsicht na jetzt haben wir nachtsicht hammergeil drogen atom cocktail und cola ein bisschen schmutziges wasser ein paar teufels eier jetzt müssen wir halbwegs wieder in ordnung sein jetzt geht es wo er nachts sich geht er hat richtig steil war schmutziges wasser nachgelassen jungen teufels eier das hält ja richtig lange hier ich hoffe das nachtsig gerät hält bisschen länger hier liegen min muss ich die erste entschärfen legs ich kann die nicht entschärfen was schon mal kackiges ist vielleicht hätte ich mich besser anschleichen sollen es wandert sich so schlecht auf min tut mir leid mein freund ich meine ich war ja schon beim wrack aber irgendwie ging das dort nicht weiter warte mal hier sind arzttaschen so sieht das aus schon mal nicht so verkehrt ist leere spritzen ist hier noch was ist mal nicht muss ich vielleicht hier rüber da hoch ich kenne mich ja noch nicht so in der gegend aus fallout ist ja das spiel der wanderer scheint auf jeden fall irgendwas in der nähe zu sein in der richtung es leckt doch gerade übelst kann auch an der temperatur meiner bude liegen ich glaube draußen sind keine ahnung 25 durch die sonne sind hier gefühlte zwei millionen das ist der california sunset ok alle ganzen drogen lassen nach ist hier nicht noch irgendwas zu holen hier sind die ganzen hördinge habe ich gedacht vielleicht kriegt man hier noch irgendwas aber hier ist nichts zu holen ich habe gerade einen wolf oder sowas gehört nehmen sie ein schlückchen hallo ich kann die doch gar nicht benutzen totaler quatsch hat die jetzt hier da 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 das tröste ich weiß noch nicht ob sollte ich mal das radio anmachen aber dann kommt wieder gemma und gemma nach hause und so weiter ok was soll ich davon halten wenn die überall granaten liegen da war was an der wand ok wir gucken mal weiter meine wahrnehmung hatten wolf gesehen oder einen wilden hund der muss direkt fast vor mir sein wo ist denn da ist nicht ok kein wolf aber alles hier liegt eine rnk soldat ein dienstgewehr endlich was brauchbares eine patronenrüstung brauchen wir die wir nehmen die ist gott jetzt sind wir wieder viel zu schwer ich wusste es magnum patronen flammenwerfer brennstoff magnum patronen es war auf jeden fall nicht verkehrt dass wir den getroffen haben jetzt haben wir auf jeden fall keine stimmpacks mehr ich muss irgendwo handeln ich muss noch mal nach pömen rein nicht zum arzt genau wir haben doch ein arzt der kann mir bestimmt was für tippt aber mit rechtsklick kann ich die sachen glaube ich wegschmeißen leichte metallrüstung leichte lederrüstung panzer der world overwall ich weiß nicht ein bisschen schwer haben wir denn jetzt im söldner veteran aus outfit ja gut das macht halt nicht viel schutz bestandesüberfall ausrüstung macht vier wochen dienstgewehr das will ich haben davon brauchen wir mehr auf jeden fall ich meine wir haben auch einen granatwerfer ne aber ich weiß auch nicht so zehn millimeter munition das wäre cool oder was sagt ihr dazu mein pulverwandieb bin ich verrufen aha so sieht das aus naja sieht aus wie so eine so ein m4 m16 verschnitt aus so ein zwei älteren zeiten so sehen wir aus wie so ein typischer motherfucker die hier überall rumlaufen nur wir wollen jetzt der härteste motherfucker sein das sind kurio für die benutzen wir die waffe aber nicht da reicht auch die knifte kampf mit den kojoten hier ich glaube ich nehme gleich eine axt jetzt sind wir da wo wir hin wollen jetzt haben wir es gefunden und wir haben kojoten führen in die canyon voller stürm zerstörten wrackteile dahinter liegt die club die langsam rot ist nur etwas für erfahrene kuriere ab stu 25 können auch keine begleiter mitnehmen kann begleiter nach draußen bringen sie können aber ausnahmslos aller erweist ich reise als zu schwer oder brauchen sie nach stück kann jederzeit ihre spurt zurück und fällt mir immer wieder zurück werden alles klar jetzt haben wir es auf jeden fall gefunden da wir noch nicht so hoch gelevelt sind lassen wir das erstmal wir müssen uns nämlich erstmal noch mal ausrüsten das ist ja das schlimmste an dem spiel das ganze ausgerüstet nein mit den ort habe ich noch gar nicht entdeckt ich komme von hier oben gut springs so abgeht ja da ein paar pulverbanditen rum hantieren jeden fall muss zum doktor ich brauche pönen hat hier noch einer was liegen sind bloß ein paar pulverbanditen die ziemlich tot aussehen und so weiter so da oben ist ja der doktor ich hoffe der hat was den pecs für uns irgendwas was heilt für günstigen preis am besten hallo doktor wie geht es ihnen sie sagt niemand und dann falls kommen sie einfach wieder ich werde hier sein arzt tasche spritzen op schloss den pink sind die teuer war nicht schon ich war noch nie so teuer die metallrüstung ist viel zu schwer ich meine die ist schön aber er kann auch noch die kann er noch haben er macht nur sprache besser kann auch weg komm jetzt haben wir schon mal einst im pack und kriegen wir haben doch noch schnulli hat er nicht viel kohle der typ hülsen kriegst du nicht klebeband koholtenfell klebeband spritzen leere brennstofftanks Zigaretten die kantin gibt es nicht vor kriegsgeld aber habe ich nicht noch irgendwie so ein anderes zeug gefunden hier das ist doch auch geld oder nicht kriegen wir auf jeden fall was für wir nehmen uns noch was von ihm mit jetzt haben wir erstmal drei simpacks gekauft und haben nicht viel von naja ja ich habe keine 50 korken mehr ich habe noch nichts gefunden wo ich mal pennen kann also ja da waren wir schon das haben wir gesehen untersuchen sie mittlerische ja karte jahre durch in der müssen california sunset gehen wir erstmal zum sunset rief in und versuchen von da aus dort hinten hinzupacken ist das ein ghoul ich sehe ihn doch am helllichten tag hier draußen ist das ich sehe ihn doch ich sehe ihn doch Ich habe einen Karma dazu gewonnen, weil ich einen Ghoul erschossen habe. Ja, okay. Ähm, ich habe mir jetzt keinen Marker gesetzt, ne. Da vorne ist noch ein Ghoul. Doch, eigentlich. Gehe ich drauf zu. Alle, wie viele Ghoul sind denn hier? Komm denn die alle her? Legg mir am Sack, ey. Ich werde verfolgt von Ghoulen. Das ist voll uncool. Alter, fick die Henne. Super Stimpick, hat der nicht viel gebracht. Fleisch und Bohnen. Arztasche macht die Körperheile. Alapeno, Jet, Junkboot. Mist, Viecher, Alter. Fleisch und Bohnen hat nachgelassen. Finde ich total geil. Gerade eingeschmissen, schon nachgelassen. Aber sind echt hartnäckig, die Viecher. Jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt nehmen wir den Granatwerfer. Irgendwie ist hier. Hier ist irgendwo einer. Genau hier. Dann, ah, da läuft der Vogel. Ah, der Vogel war mein Freund. Okay, irgendwie schießt das fast in keine vernünftige Richtung. Wir jagen Pulverbanditen mit Granatwerfern. Ich glaube, wenn ich da jetzt hingehe, ist nichts mehr von ihnen übrig, oder? Ich sehe hier nämlich so keine Über... Ah, hier. Hier liegen Beine und so. Ich glaube, den anderen finde ich wohl nicht mehr. Rums, einfach weg. Ja, ihr könnt auch nahkampfen mit der Machete, ist aber auch scheiße. Was ist denn mit der 9mm-Pistole? Die ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell, aber die macht wahrscheinlich so Schaden wie nix. Entweder sind die da drin, oder hier hinter. Hehehe, hehehe. Mitglied der Schakale. Ja, komm. Feierabend. Anführerin der Schakale. die hat rüstung die hat nur ein bleirohr auch ein glück wie du getroffen bist ein cowboy repetierer schön die tragen metallrüstung naja komm ich beschwere mich ja mal dass ich so schnell tot bin ich werde mir jetzt auch eine metallrüstung anpacken die kann wirklich leichte das macht zwar meine bewegung nicht besser aber ich kann mich vielleicht dann doch mal wehren zehn millimeter patron ich gehe kaputt es erinnert mich so ein bisschen wie in fallout 3 an den super du am markt da hat sich auch alles getroffen lex 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 lex